ja hallo ich lebe noch ausnahmsweise meinen blog nur über mich selbst mit nichts neuem ist jetzt über einen monat her dass ich das letzte video online gestellt habe und ich wollte nur sagen ich habe gerade ein bisschen körperliche probleme ich habe es geschafft mir eine herz beutelentzündung einzufangen und darf also von daher gar nichts machen deshalb gibt es auch gerade keine neuen keinen neuen videoaufnahmen ich habe aber noch videoaufnahmen und sobald ich wieder fit genug bin setze ich einen rechner und lade sie hoch wie gesagt im moment alles gut ja aber ich muss mich wochen wenn ich monate wirklich schonen und warten dass das vorbei geht und ja dann kann ich vielleicht wieder das eine oder andere video hochladen nur so